Äh, Jay? Echt jetzt? Du, warte mal ganz kurz, was denn? Ich hab da so ein Paket bekommen, da soll angeblich ein Handy drin sein. Ja, dann mach doch auf. Alter, spinnst du? Schau dir mal die Warnungen an. Jetzt los, mach auf. Nee, 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 hoff nicht. Ganz ehrlich, hier, mach selber, ich bleib raus. Ja, dann gib halt's her, mein Gott. Okay, also so gefährlich hab ich noch nie ein neues Handy ausgepackt, gleich mit Absperrband verklebt. Mal kurz das Band aufgeschnitten und raus kommt ein Handy in Käfighaltung. Einfach ein wildes Poco F3 hinter Gittern eingesperrt. Warum? Naja, erstmal den Käfig aus dem Käfig holen und für den passenden Hintergrund sorgen. So, und wie genau haben die sich jetzt gedacht? Komme ich an das Handy? Kurz mal das ganze Band wegmachen und jetzt brauche ich einen dreistelligen Code. Schauen wir uns doch einfach mal die Daten von dem Handy an. 6,67 Zoll Display, nur leider der falsche Code. 120 Hertz Bildwiederholrate, auch nicht. Snapdragon 870 Prozessor und das Handy ist endlich frei. Weg mit dem Käfig, her mit dem Handy und dann nochmal Hintergrundwechsel. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ist das nicht toll? Das Handy ist übrigens ein echter Spiegel. Der Preis von 330 Euro geht für das F3 echt schwer in Ordnung.